Woche 21. Landung in den Emotionen und Gefühlen. Gefühle sind zeitweilig. Sie erscheinen an der Oberfläche des Bewusstseins und verschwinden schnell wieder. Es war nur die Reaktion auf eine Momentanaufnahme im Fluss der Veränderlichkeit, eine Kommentierung einer Welle. Die positiven Gefühle will man beibehalten und die negativen bekämpfen. Durch diese beiden Reaktionsmuster gibt man ihnen aber den Realitätsgehalt, den sie gar nicht innehaben. Eine Instanz in uns, der Geist, wertet aus, was erwünscht ist und was nicht, je nach soziokultureller Prägung und den Eindrücken, welche man in unzähligen Leben gesammelt und eingespeichert hatte. Wenn wir Gefühle gut und schön finden, so geht unser Streben dahin, sie zu verlängern und ihr Verschwinden hinaus zu zögern. Bei Gefühlen, die uns unangenehm sind, die uns verwerflich erscheinen, möchten wir, dass sie ganz schnell wieder verschwinden. Genau diese Aussortierung erhält das Spannungsfeld der materiellen Welt, welche die Aufmerksamkeit der Seele einbindet. Der innere Weg benötigt keine Special Effects. Es braucht kein Feuerwerk oder spektakuläre Begeisterung und auch nicht prickelnde Gefühle oder freudige Erregung. Das Fühlhafte, das einen völlig bezaubert, ist nicht ein näherer Zustand bei Gott als die Wüste der Gefühllosigkeit. Ganz still willigt man einfach ein in die Beziehung zu Radha und Shriam. Es ist das Allernatürlichste. Es ist nicht mehr eine Bemühung um irgendeinen Schein und dies bringt unglaubliche Entlastung mit sich. Krishna, ich komme nicht um eines Gewinnswillen zu sondern allein wegen dir selber. Wenn der Mensch die Erfahrung eines außergewöhnlichen geistigen Zustandes oder der Gnade macht und sich dann eine Wiederholung davon wünscht, hängt er bereits in der Grundstruktur des selbstbezogenen Geistes fest. Diesem denkenden Geist geht es nicht um Krishna selber, sondern nur um sein eigenes Erleben. Die Tendenz, das Gebet und die Beziehung zu Gott mit gefühlten Erwartungen zu identifizieren, ist tief in uns verwurzelt. Man glaubt, selbst durch den inneren Weg die sinnliche Empfindungsfähigkeit nähren oder sogar ausweiten zu können. Das innere Gebet soll nicht in eine kausale Verbindung mit den Charismen, mit Geistesgaben gebracht werden und es auch nicht mit ihnen verwechseln. Weil innere Erleuchtungszustände als überwältigend erfahrene Freuden angenehm sind, entsteht auch durch diese sofort eine Neigung, sie verlängern zu wollen. Nicht wegen Gott, dem Zielsubjekt des Gebetes, sondern aufgrund des Annehmlichkeitsimpulses für das Selbst. Somit ist der Same für die Anhaftung gesetzt. Der Fokus ist nicht mehr auf das Gottdienen gerichtet, sondern auf die Erfahrung innerer Seligkeit, nach der man sich sehnt. Das ist nicht Kontemplation, sondern nur spirituell gefärbte Völlerei. Wenn man die Nebenprodukte des inneren Weges, emotional gefühlte Wahrnehmungen, so erstaunlich sie auch sein mögen, gehen lässt, schenkt das Zugang zu einer stillen Erfülltheit, die wirklich in der Beziehung mit Gott gründet und nicht im Genießen seiner Energien und Trostgeschenken. Will man sich an den Phänomenen ergötzen oder diese wirklich zur Essenz hin durchdringen, welche allem zugrunde liegt? In den Phasen spektakulärer Freuden ist man Krishna nicht näher als in den Zeiten von nüchterner Trockenheit. Denn man ist ihm nahe, wenn man sich für ihn entscheidet und nie aufgrund von Fühlungen. Aus der Perspektive der Gotteszuwendung spielt es keine Rolle, ob man seine Aufmerksamkeit mit wundervollen oder mit tragischen Erlebnissen gefüllt hatte. Nur auf den ersten Blick hat derjenige, der sich mit der Sonnenseite dieser Welt beschäftigt, mehr Freude. In tieferer Betrachtung leiden beide. Denn Leiden bedeutet, das kostbare Gut der Aufmerksamkeit auf etwas anderes als auf Krishna zu lenken. Erfahrungen, die von einem Vor- oder Nachurteil im Geist bewertet worden sind, tragen dazu bei, das Leiden fortzusetzen. Denn der Geist, der sie wertet, verklebt sich mit ihnen. Die reine Erfahrung ohne Bewertungsanhängsel, das Ankommen in der Beobachterperspektive der Seele, schenkt eine kontinuierliche Freude, unabhängig der angenehmen oder unangenehmen Lebensumstände. Da wird man nicht mehr von der Mannigfaltigkeit der unterschiedlichen Erfahrungen umhergeworfen. Man braucht mit den Inhalten des Geistes nie in einen Kampf zu treten. Die Auseinandersetzung mit unserer persönlichen Geschichte, der Vergangenheit, Prägungen und Traumata ist letztlich immer noch eine Beschäftigung mit dem Unwesentlichen. Deshalb sagt Krishna in der Gita 2.59, dass nun anstelle des Kampfes mit dem Alten die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt werden darf. Erst da erkennt man, wie Äonen des Widerstandes umsonst waren. Will man Selbsterforschung wirklich bis auf den Grund betreiben? Es ist eine Form von Bequemlichkeit, die einen verleitet, immer wieder in emotionale Zustände abzutauchen, in denen man sich einfach gerne treiben lässt und sie sind einem als Reaktionsmuster vertraut. Doch in diesem Abstieg in die inneren Sumpfgebiete geht Klarheit verloren. Die Bequemlichkeit ist der Klebstoff in diese emotionale Welt hinein. Wenn die konzentrierte Ausrichtung vernachlässigt wird, sind emotionale Erlebnisse eben einfach gleich griffbereit. Manchmal werden diese sogar noch spirituell verklärt, dass man ihnen eine heilige Wertigkeit verleiht, die sie gar nicht innehaben. Bin ich bereit, tiefer zu gehen, als nur die Erlebniswelt abzugrasen und danach in ihr zu schwelgen?